Hey Freunde, what's up? Mein Name ist Flavio und herzlich Willkommen bei einem neuen Video von mir. Seit Donnerstag bin ich in Portugal, ganz genau in Algarve. Also wenn man das sagen kann, ist Algarve wie ein Kanton in der Schweiz. Und ja, ich verbringe hier meine Heu-Ferien, die gibt es ja nur in meinem Kanton-Tourgarten und natürlich habe ich euch alle mit dabei. Los geht's! Geflogen sind wir mit Ryanair, wer das nicht kennt, das ist eine Fluggesellschaft, die in Zukunft sogar will, dass Flüge gratis sind. Hier müssen wir bei Ryanair vorbeischauen, die Flüge sind wirklich sehr günstig und der Flug ging in 3 Stunden und sind wir in Faro angekommen. In Faro haben wir dann ein cooles Auto gemietet, ein Nissan. Zuerst dachte ich, aber gebt doch einfach mal das Auto. Ja, ich hoffe das Auto hat euch so einigermaßen oder hat euch gefallen. Nun sind wir jetzt in einer chilligen Ferienwohnung. Hier, ihr seht ja, blau gestreckene Wände und ja, es ist richtig gemütlich. Neben mir ist das Bett von meiner Schwester. Aber jetzt zeige ich euch eine kleine Roomtour, damit ihr seht, wie ich gerade so lebe. Ich wünsche euch viel Spass und viel Vergnügen. Ja. Ich finde die Wohnung richtig chillig hier, vor allem, ich bin immer in der Dachterrasse, da es einfach schön ist, vor allem am Abend, wenn man das Meer und die Sterne sieht, den Mond sieht und so auch immer. Jetzt habe ich mir einfach überlegt, euch noch Videos von Portugal selber zu zeigen, von Algarve und so und einfach meine Impressions und kleinen Clips. Let's go. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.